Hallo, jetzt müssen wir gerannt, oder was? Ach, das wusste ich nicht, Entschuldige. Also, der Robo, der ist jetzt hier rassistisch, da haben wir blockierte Dönerläden und die Togische Mittenvölkerung. Jawohl. Das ist gut, das ist gut. Und, äh, ne, also, ich wollte nicht, also, wir können es einfach mal machen, das wird nur noch gehört, da ist noch die Sauce entstanden. Hey? Gutes Bild, danke. Na ja, einfach ein bisschen los. Nehmt's da? Ach. Da ist noch genug, also noch genug. So, okay, oder? Ne, es ist so schlimm, dass wir es jetzt noch weiter können jetzt haben. Genau. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Nein. Das ist so schlimm.